Und ich mache direkt mal einen Live-Taste-Test meiner Creamy-Joghurette-Wall. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. So unfassbar lecker. Ich wollte ja eigentlich zuerst Joghurette-Zimtschnecken machen, aber ich habe jetzt halt wie so eine Art gefüllte Joghurette-Schoko-Wall mit der Schokobackmischung von 365 for Life, auch zuckerfrei. Und dann Sojajoghurt mit Flavor-Powder gemischt. Und die Schokobackmischung noch ein bisschen mit Donut-Flavor. Das schmeckt wie eine richtige Sünde. Also unfassbar lecker. Rezept genau wird auch noch folgen. Schnell zubereitet in unter 20 Minuten und unfassbar lecker. Und vor allem richtig saftig. Kein künstlicher Geschmack. Ich habe am Ende noch ein bisschen Joghurt on top, aber gefüllt ist der auch nochmal mit einer Joghurt-Joghurette-Creme-Schicht. Sojajoghurt. 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 Sojajoghurt.